Wie sieht eigentlich ein gesunder Bullenmarkt aus? Nun, man könnte vermuten, wenn die Mehrzahl der Aktien steigen und nur wenige fallen, ein Markt, der also nach oben will, weil er auf einer gesunden Wirtschaft basiert, weil Zinsen offenkundig kein Problem sind, also steigt die Mehrheit der Aktien, nur wenige fallen. Ist das derzeit der Fall? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Aktien fallen auch heute wieder. Und das, nachdem gestern Microsoft und Google Zahlen vorgelegt haben, die zunächst einmal gefeiert wurden. Bei Microsoft eher zu Recht, bei Alphabet eben nicht zu Recht. Deswegen kann die Aktie sich auch heute nicht so wirklich gut entwickeln oder weiterentwickeln. Aber es sind heute einige wenige, die kaschieren, dass die absolute Mehrzahl der Aktien heute wieder weiterfällt. Und wir wollen uns das Geschehen mal anschauen, zum Beispiel bei den Indizes. Da sehen wir Dow Jones unverändert. S&P im Plus, eben wegen Microsoft und nur deswegen der Nasdaq deutlicher im Plus, knapp 1%. Und wenn wir uns andere Indizes anschauen, etwa Dow Jones Transportation, der gestern schon 3% gefallen ist. Diese Transportwerte gelten ja als Frühindikator heute wieder 2,5% im Minus. Und wir sehen diesen Abwärtstrend dieses Frühindikators Transportation. Deswegen haben wir eine negative Diffigenz zwischen den Dow Industrials und diesem Dow Transportation Index. In der Dow Theorie kein so richtig gutes Zeichen, weil eben klar ist, dass die Wirtschaft nachlässt. Und wenn wir uns den S&P 500 mal angucken, heute nach den Zahlen. Das ist praktisch von Ende März, Anfang April. Dann haben wir eben in den April hinein diese Aufwärtsbewegung gesehen. Aber seitdem haben wir tendenziell eher wieder fallende Kurse. Also es steigt nicht der S&P 500 nach wie vor unter der 4100er Marke. Und hier mal die Heatmap, also das was heute die einzelnen Aktien so performen. Dann haben wir eine Microsoft über 8%. Wir haben eine Google, die kaum im Plus ist. Wir haben eine Amazon, die deutlich im Plus ist. Wir haben eine Apple, die leicht im Plus ist. Nvidia und Demeter sind im Plus. Aber ansonsten ziemlich viel Rot oder wenig Veränderung an den Märkten. Also es ist nicht so, dass jetzt hier große Hurra-Stimmung wäre. Und schauen wir uns mal an, Microsoft jetzt mit einer Marktkapitalisierung von 2,2 Billionen Dollar. Ja, die zweitstärkst gewichtete Aktie im S&P 500 mit 6%. Nur Apple ist noch ein bisschen stärker gewichtet. Und dann haben wir Nvidia, die heute gestiegen ist, die etwa 2% auf die Waage bringt. Und so kommt es, dass die Indizes eben ganz nett ausschauen. Der S&P 500 stand jetzt, wo ich das Video mache, 16 Punkte im Plus. Und Microsoft alleine hat heute 17 hinzugefügt. Also ohne Microsoft wäre das kein Plus. Und waren die Zahlen gut? Ja, die waren sicherlich okay. Da kann man nicht meckern. Wir haben ein Wachstum von 7%, nachdem das Wachstum bei Microsoft zuletzt rückläufig war. Aber wir haben eben jetzt eine Price-Earnings-Ratio von 30, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30. Und das ist sehr, sehr sportlich. Das ist schon ein sehr teures Ding. Aber Microsoft hat hier ein Asset, zu dem ich gleich komme. Hier sehen wir mal den Nasdaq 1% im Plus. Nasdaq Composite, was Sie hier im oberen Chart sehen. Anzahl der Aktien, die steigen und fallen. Rot hier der Nasdaq als Index. Und die Linie, die hier steil abfällt, das ist das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien. Wir sind weiter im freien Fall. Das heißt, mehr Aktien fallen als steigen. So dass 5 Aktien derzeit im S&P 500, dem anderen Index, 21% Gewichtung haben. Also die müssen es retten. Und heute, Amazon haben wir schon gesehen, über 3% im Plus. Und das, obwohl Amazon heute gesagt hat, man wird in der Cloud-Division beginnen, ab heute Leute zu entlassen. Also muss es diesem Cloud-Geschäft richtig gut gehen, hat man die Vermutung. Nein, natürlich, Ironie dürfte nicht so gut aussehen bei Amazon. Möglicherweise hat Google da ein bisschen Marktanteile weggenommen. Microsoft Marktanteile weggenommen aus dem Cloud-Bereich, werden wir erst morgen nach den Zahlen sehen. Übrigens, Google und Microsoft haben gestern 142 Mal das Wort Künstliche Intelligenz benutzt. Das ist natürlich genau das, was ich vorher sagte, je öfter du das Wort Künstliche oder diesen Begriff Künstliche Intelligenz verwendest, umso besser ist es für deine Aktien. Microsoft heute ja über 8% im Plus, eigentlich von den Optionsmärkten nur 4,8% erwartet. Heute Abend kommt Meta. Wir berichten nachbörslich über diese Zahlen bei Finanzmarktwelt.de. Da erwartet man die größte Bewegung mit knapp über 10%. Und am Donnerstag dann Amazon. Also das wird wichtig. Wie ist die Berichtssaison verlaufen? Viele sagen, ja ganz gut und in der Tat, es ist nicht wirklich schlecht. Aber wir sehen eines, die Revenues, also die Umsätze, die bleiben richtig gut. Was deutlich schlechter wird, sind die Margen. Die Margen gehen deutlich nach unten. Und Octavio Costa, von dem ich diesen Chart hier entliehen habe, der sagt, das ist praktisch immer das Szenario, wenn du in einem sich deutlich abkühlenden wirtschaftlichen Umfeld bist, das in eine Rezession führt. Zunächst fallen die Margen und dann fallen die Umsätze. Wir sind jetzt in der Phase, wo erst die Margen nach unten gehen und dann die Umsätze wegen der Rezession folgen werden. Und Tesla verliert heute weitere 3% auf jetzt nur noch knapp 156 Dollar, nachdem eben hier die Margen das Problem sind. Weil Tesla sagt, okay, wir wollen Marktanteile, also senken wir die Preise. Aber das hat heute die Aktie das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder unter die Marke von 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gedrückt. Und das zweite große Ding, was neben den Margen, glaube ich, entscheidend ist, ist diese Bankenkrise. First Republic Bank, ich glaube mindestens neunmal heute vom Handel ausgesetzt. Wieder zweistellig dick im Minus. Nachdem offenkundig die beiden Erd-Administrationen gesagt hat, also nö, erstmal wollen wir jetzt nicht diese Bank retten. Zero Hedge mit dem sarkastischen Kommentar. Ja, okay, wenn Biden und die Fed hoffen, die Inflation zu killen, durch mehr Banken pleiten, dann ist das ein ziemlich intelligenter Plan. Janet Yellen will wohl retten. Aber sie sagte, wir können jetzt nicht auch hier die Kunden der First Republic Bank ausbählen, wie wir das ja schon bei Silicon Valley und bei Signature Bank gemacht haben. Hier sehen wir mal die First Republic, die war im November 2021, also Pi mal Daumen vor eineinhalb Jahren, war der Aktienkurs bei 222 Dollar. Heute sind wir im Bereich 5 gewesen, zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung unter einer Milliarde Dollar und damit ein Kursverlust von 98 Prozent vom All-Time-High. Und das, was First Republic hat, nämlich ein Problem aufgrund der Geldabflüsse, das haben auch andere Banken, aber die haben noch ein zweites Problem, vor allem die Regionalbanken, nämlich ihre Exposure in Richtung Immobilien. Jetzt schauen wir uns mal die Immobilien an. Wir haben die Wohnimmobilien, die sind 6,7 Prozent gefallen bisher, aber die Commercial Real Estates, also die Gewerbeimmobilien, die sind fast 22 Prozent gefallen. Tendenz weiter nach unten und das ist eine sehr toxische Mischung, wenn den Banken die Gelder abfließen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihre Kredite, die sie vergeben haben, praktisch gefährdeter werden, weil das Underlying, also die Besicherung aufgrund des Werteverlustes eben der fallenden Preise für diese Immobilien nach unten geht. Dann ist das eine ziemlich ungute Geschichte. Hinzu kommt noch, dass die Geldmenge M2 in den USA ja von hohem Niveau kommen, sicherlich, aber doch sehr deutlich sinkt. Ich hatte das mehrfach jetzt schon gezeigt, über 4 Prozent rückläufig und Tom McLaren zeigt hier, dass das nicht so richtig Bullish für die Aktienmärkte ist. Eine Geschichte, die wahrscheinlich dann mit einer gewissen Zeitverzögerung dann eintreten wird. Und das wird dann auch für Kryptos gelten wie Bittercoin. Hier sagt ein Kommentator auf YouTube, du erkennst aber schon an dem Muster, dass bei jeder weiteren Bank, die kollabiert, Bitcoin als Alternative dazu am Pumpen ist, also steigt. Da du auch davon ausgehst, dass weitere Banken folgen, dass also weitere Banken Probleme haben. Ja, solange das Problem nicht gelöst wird, weil eben Geldmarktfonds viel höhere Zinsen bieten als normale Banken, verstehe ich die Logik nicht ganz. Also warum bin und bleibe ich skeptisch und short in Bitcoin? Nun, das hat mit Liquidität zu tun. Hier sehen wir schon mal unten in dieser Grafik, der St. Louis Fed, wie eng Bitcoin an die Bankreserves gekoppelt ist. Also wenn man so will, an die Liquidität insgesamt. Viel Liquidität steigt Bitcoin. Das war ja vor allem in Corona der Fall, als die Fed und andere Notenbanken geflutet haben mit Liquidität. Bums, Bitcoin fast auf 70.000 Dollar gestiegen. Derzeit aber schrumpfende Geldmenge, zwar sehr stark schrumpfende Geldmenge. Dazu jetzt noch Bankenkrise. Die Banken werden weniger Kredite vergeben, weil sie jeden Cent zusammenhalten wollen. Also wird Liquidität abnehmen. Deswegen bin und bleibe ich skeptisch für das Liquiditätsasset Bitcoin. Dazu ein Artikel, Bitcoin mit Rally wegen Bankenkrise. Ist das nachhaltig? Unten sehen Sie nochmal Grafiken zu dieser Rekordschrumpfung bei der Geldmenge. Und alle sind negativ für den Dollar. Auch Stanley Druckenmiller, den ich eigentlich sehr, sehr schätze. Der sagt, es gibt eigentlich keine Gewissheiten nur, dass der Dollar fällt. Hier sehen wir mal oben in dieser Grafik Artikel und Twitter-Kommentare in Sachen De-Dollarisierung. Also, dass der Dollar seine Dominanz verliert. Das schießt durch die Decke. Also das Sentiment gegenüber dem Dollar ist extrem negativ. Auch weil alle denken, ja, die Fed wird die Zinsen senken. Jetzt sehen wir die erste Zinssenkung hier bei den Fed Fund Futures ab September. Mit der größeren Wahrscheinlichkeit und insgesamt preisen jetzt die Anleihenmärkte eine Zinssenkung von 2%, 200 Basispunkte ein. In den nächsten 18 Monaten. Das ist oder wären die größten Zinssenkungen in den letzten 37 Jahren durch die US-Notenbank a Fed. Und ein Faktor, der jetzt natürlich immer wichtiger wird, ist auch, wie schaut es denn aus mit der Schuldenobergrenze. Hier Julian Emanuel von Evercore ISI, der sagt, also wenn da irgendetwas schief läuft. Und momentan sieht es ja jetzt nicht nach einer schnellen Einigung aus. Die Amerikaner müssen bald diese Schuldengrenze anheben, weil die Steuereinnahmen so rapide gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr. Dann dürfte der S&P 500 bei 3.800 Punkten handeln. Wir werden es sehen, aber das wird sicherlich das Thema der nächsten Wochen. Ein Thema war auch die wundersame Erholung in China. Da waren ja alle superbullish. Jetzt stellt sich raus, naja, so richtig läuft das nicht. Wir hatten zuletzt in China ja deutliche Verluste auch an den Aktienmärkten, weil eben das Wachstum nicht so da ist, wie man sich es erhofft hat. Jetzt ein Artikel bei uns, der zeigt, dass in China die zweite Corona-Welle läuft. Wir haben alleine auf Weibu, also der Suchmaschine in China, über 95 Millionen Anfragen nach Covid. Gleichzeitig hat der Yuan in Sachen De-Dollarisierung in China oder bei den Verkehren Chinas, den Zahlungsverkehr Chinas mit anderen Ländern, das erste Mal den Dollar überholte bei Transaktionen. Ich denke aber, der Dollar wird steigen wegen Rezession und dann kommt die Flucht in die vermeintliche Sicherheit. Das ist im Zweifel der Dollar. Zum Beispiel hier mit der Schuldenobergrenze, wenn das nicht gelingt. Was passiert dann oder was ist die letzten Male passiert? Der Dollar ist stärker geworden. Aber kommen wir abschließend noch nach Germania, nach Deutschland. Hier, Defizit des öffentlichen Sektors, minus 4,25 Prozent dieses Jahres. In 2022 waren wir noch bei minus 2,6. Also wir geben das Geld mit vollen Händen aus und machen Schulden. Gleichzeitig haben wir die höchste, nach Belgien, höchste Steuern- und Abgabenbelastung. Wir sind also Vize-Weltmeister, liegen weit über dem OECD-Durchschnitt. Und jetzt kommt noch etwas, was glaube ich ein extremer Gamechanger ist, wenn das wirklich durchgesetzt wird. Noch ist es ja vom Kabinett nur beschlossen, aber noch nicht gesetzt. Nämlich diese Heizungsverbote, Dämpflichten. Das wäre praktisch eine Garantie für eine ausufernde Inflation, gegen die die EZB dann mit hohen Zinsen gegensteuern müsste. Und es würde eine Verarmung weiter Bevölkerungsteile, die Immobilienbesitzer sind, die vielleicht schon 60, 70 sind, haben eine Immobilie, müssen die jetzt, weil sie aus den 70ern, 80ern ist, sanieren, extrem hohe Kosten. Das würde dann dem Konsum fehlen. Das wäre der garantierte wirtschaftliche Abschwung, an dem wir sowieso ja sehr gezielt arbeiten, mit dieser großartig effektiven Energiewende. Und jetzt zum Beispiel typisch, es gab ja jetzt dieses Thema Kauf von Fissmann, diesem Heizungsbauer. Aber Bosch wird jetzt seine größte Investition, Einzelinvestition in ihrer Firmengeschichte machen, nämlich eine Chipfabrik in Kalifornien bauen, weil die Amerikaner eben Subventionen zahlen. Der Inflation Reduction Act macht es möglich. Abschließend noch zwei Empfehlungen. EZB-Bilanz schrumpft. Normalerweise ist schrumpfende Bilanz nicht gut für die europäischen Aktienmärkte. Aber noch ist davon nicht viel zu sehen. Wie lange noch? Das ist die Frage. Hier haben einige oder zwei Banken, ja kürzlich US-Banken gesagt, verkauft. Die Aktien, europäische Aktien jetzt in jeder Erholung. Und dann noch zwei weitere Artikel, meine Damen und Herren. Also drei heute. Ich beanspruche Sie ganz schön. Bitcoin mit Rally wegen Bankenkrise. Ist das nachhaltig, was ich vorhin angesprochen hatte? Und letztens, Goldman Sachs, warum viele Investoren ihr Pulver bereits verschossen haben und so dick long stehen. Die Positionierung ist derzeit an den Aktienmärkten sehr long, auch wenn viele sagen, ja, aber das Sentiment ist so extrem short. Aber achtet darauf, was sie gemacht haben und nicht, was sie sagen. Dementsprechend diese drei Artikel würde ich empfehlen und sage jetzt erst einmal, Servus und Ciao.